Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte und Kühle. Wir verkaufen aktuell unsere Waren. Nebenbei sehen wir noch, wo fällt 60 Hafer aus. Hoffen wir, dass es auch reibungslos geht. Können wir gleich mal prüfen. Wenn aktuell keine Fehler mehr kommt. Große Nachfrage bei der Wettbewerbung. Hacknutze? Das kann nur Hacknutze sein. Ups. Wir fahren bitte wieder in Sau hier. Da ist noch ein Hänger hier. Ein Hänger tut schon gerade so, wie soll ich sagen, vor ein paar Verhalten her. Was wird denn nachgefragt? Das schauen wir dann mal nach. Schauen wir mal rechts. Ob ich den Pflasterweg ein bisschen bearbeiten kann. Das hört mir an. Das hört mir an. So. Große Nachfrage beim Sägewerk. Sägewerk. Scheune. Silage. Silage. für hakte zu wenig da bist du eigentlich glaubt das ist das holz oder machen wir das weiter jetzt hat er was naja, 13 Cent dann wird man losgehen gut, dann verkaufen wir noch was den machen wir mal leer, dann brauchen wir den so platz haben wenn die ernte beginnt ich kann auch theoretisch da oben raus fahren das wird nicht mehr anstrengend, der platten Weg wird nur so holgerig da fliege ich immer sonst nur hin aber Waldhausen schon geschafft auch noch fleißig da könnte man ja alles zur Wiese machen oder was auch geht Acker und Mais rein da wird es gepunkt oder es gibt mir das ich bin ja mal gespannt weil ich kann ja mal eh da runter fahren und dann anklicken wo es verkauft ist denn kann ja nur verkaufspunkt sein da will ich da kontrollieren und reinfahren ob es hier ist hier könnte es sein das kann man rausfinden Sägewerk gut, laut Dingstar ist es hier vorne in diesem Punkt in diesem Punkt Lackgasse auch mal das beste davon auch schön Heine Bahn kommen. Nicht ungünstig. Rekker will besser. Aber muss er mir anzeigen. Schlecht. Schlecht. Und da versuchen wir das Riebel, wo das ganze Zeug liegt. Wo kommen sie denn rein? Zu größten Umkütteln. Ah! Gibt ein bisschen Kleingeld. Nicht an der Welt, aber nein. Oh ja, jetzt 2.000. Auch nicht mal 3.000. Da ist... Da ist... Die kommt da, weil sie nahe fahren. Oh, nein. Ja, ja, der hat da sehr weit gerollt. Der Rundball ist in dem Fall nicht geeignet. Ja, für Hackten brauchst du nicht mehr, dann guckt das Lohn sich nicht. Das ist nur als Nehmerwerk ganz gut. Wenn du zum Beispiel sowieso Stoppendresen machst. Wenn du Bäume ausdrücklich machen. Weil er aus dem Baum krieg der weg muss. Aber auf jeden Fall war es ja so. Er hat der Baum im Wege. Ich werde das beim nächsten Ende inzwischen geführt. So, wir kommen eigentlich kaum. Das ist der andere jetzt schon. Eigentlich... Aber wir hinten rein. Ich hab mir nicht gedrückt. Ich bin nicht. Nu hast du ein wenig... Ich bin nicht. Ich habe nicht gedrückt. Und ich hab mir das damit... Ja, das ist der Gratst vom Stockplatz. Du bist nicht dafür schon... Und... Du kannst dich kurz mehr ergreifizigen. Ich hab mich dem... Wir fahren auch nicht in die Nähe von der Kräse, dann macht er gleich wieder leer. Kontrolle. Gerade zur richtigen Zeit bin ich da, wie man sieht. Es ist gut, dass ich die anderen Fahrzeuge nicht gefahren habe. Sonst wäre das Problem gewesen. Dresche ist auch knapp. Scharf! 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 weg ich glaube es ähnlich wir müssen mal kurz das gute ist hatte keine kollision hat schieflage sagt gut klappt soweit wer muss einen neuen kurz einfahren und zwar der muss halt Auto kaufen das ist immer schief hat er ihn gesoffen ja auch nicht schlecht ja auch nicht schlecht ja auch nicht schlecht ist doch gar nicht oder eine Panne oder was Sehmaschine da sieht man die Erde machen wir eine Apparatur daran sollte nicht scheitern schauen wir mal holen wir mal die Erde raus holen wir mal die Erde raus es könnte sein dass er die Textur dass er hier ist das war noch eine andere Maschine hier wieder ja war der von 70er Jahre das ist immer 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 könnte auch am bot liegen hier für für gewichte da muss ich mir das bringt ja so nichts aber das sollte kein problem sein da kaufen wir dann fahren wir neu ein mit der straße der verbrauch ist ja enorm gerade mal im mittelumfeld wir haben hier ein kurs bräder mittels der verbrauch ist ja drei geförder hier haben so die beigung jetzt kommen die auto er ist so schnell pick up ist nicht gut ganz gut schwarze fällen oder sowas Gustav macht weiter oder Paul oder wie er heißt, keine Ahnung wir haben ein schönes auto gekauft mit den fahren wir jetzt einen Überführungskurs ein spätestens und das übernächste mal wieder mal Erden bei sind und dann klappt sobald ich die Kobra nehme muss ich ein bisschen Lenkrad passieren jetzt bin ich nach rechts der Bursche das heißt, Lenkrad voll einschlagen nach links zurück schnellen lassen und nach rechts das gleiche ich hoffe, ich habe keine Wohne mehr besser Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der Garage wieder einsteigen. Dann fahren wir auch gleich hier vorbei. Bis später wegen Unkraut. Könnte zu dicht gewesen sein. Dann fahren wir hier durch, weil wir irgendwann selber abfahren und überführen. Oh, das ist... Muss ich korrigieren. Das ist wieder der erste Fall, den er erholt. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Hose. Gut. Beweiler. So, bisschen mehr lang links. färre 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 So. Gut, kann ja immer die Probefahrt machen, ne? Das ist genau die richtige Geschwindigkeit vom Takt runter her, die Kurve reiche Ecke hier. Und wenn ein Baum im Weg stehen sollte, dann wird er weggefräst. So, was soll's für heutige Folge gewesen sein? Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, über ein Like, sage ich mal Danke. Auch gerne ein Abo. Auch Dank dafür. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.